Servus Leute und Willkommen zurück in Oros bei Far Cry Primal Zoo. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit dem Quest vom lieben Dasch. Heißt der Dasch? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber wir werden es gleich überprüfen. Genau, vom Dasch. Schauen wir mal, was uns zu sagen hat. Bist du ein bisschen gedeppert? Wie ist nicht der Stein gegen mich? Schädelfeuer brennt. Das heißt Kopf, ja, oder? Naja, so haltet man das fest richtig. Ist der Typ krank? Einfach nur... What the hell? Oh, meine Fräse. Hat der jetzt die Schädeldecke eingeschlagen, oder was? Soll das das Gehirn sein, was da rausschaut? Der Knochenstopp kann ich da auch nicht von denen holen, dass die genug Knochen rumliegen. Das kann ich... Das kann ich... Das kann ich... Oh, mein Gott. Scheiße. Komischer Typ. Komischer Typ. So, Mission hinzugefügt. Entweder wir machen sie gleich. Aber irgendwie hätte ich auch Bock dort unten. Die Izilla, aber das wäre nachher schon die Endmission fast. Nein, wir machen die... Wir helfen mal unseren Krieger, dann haben wir schon ewig nicht geholfen. Auf das hätte ich nochmal Lust, muss ich ehrlich sagen. Der Krieger braucht Hilfe. So, schauen wir nur ganz kurz gleich hineinzoomen. Da wäre noch ein Armband. Ist aber jetzt nicht so wichtig eigentlich, ist das eine Armband. Gehen wir mal rüber zu unserem Kriegerlein. Und werden einmal die Kriegermission machen. Weil sowas haben wir einfach schon... Ja... Da sind daheim einfach zu lange gewahrt. Oder zu selten, was diesbezüglich macht. Mit dem Krieger. Und der gehört auch mal belohnt. So, aber ich würde den Quest hier noch gerne annehmen. Davor, weil das ist nur das Fragezeichen. Könnte natürlich sein, dass jetzt der Quest gleich losgeht. Aber... Ja, ich gehe mal nicht davon aus. Und wenn nicht, ist auch egal. Dann machen wir halt schnell. Und machen danach den Krieger. Im Endeffekt ist ihr kopfgekatscht. So, reden. Zum Kartmenü. Zerraten. 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 In der Küche. Zerraten. 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 Okay, wir sollen, äh... Irgendwem für die... Bei der Wildscheren... Jagd so ungefähr ein bisschen beschützen oder sowas. Aber zuerst machen wir mal. Unsern Krieger Grosch... Ein bisschen helfen. Da waren wir schon ewig nütz. So. Was ist mit dir? Udom zertrampeln, rettet ein Mammutsteiger auf die Päste und zertrampelt die Udomjäger. Du benötigst die Fähigkeit, Mammutreiter. Ja, die haben wir schon. Brauchen Schädel für Knochen bauen. Okay. So. Wo müssen wir hin? Das bedeutet, wir müssen irgendwie auf ein Mammut rauf. Das wird interessant werden, ob wir einfach raufkommen oder nicht. Ich bezweifle es ja fast ein bisschen. So. Wo ist verdammtes Mammut? Das musste eigentlich da. Ja, geil. Da vorne ist das Mammut. Oder muss ich jetzt ein anderes? Na, ich soll auf das raufsteigen. Soll mich gar... Ah, die sehen mich. So. Machen wir es so. Zerstöre die Knochenbaum der Udom. Ja, scheiße. Ich bin... So, einfach da mal durchlaufen ein bisschen. Scheiße. Ich hoffe, das Mammut kann nicht sterben. Wenn wir das da durchlaufen. Da haben wir einen Knochenbaum vergessen. So, schnell die. Da geht was weiter, wenn es... Ich liebe das Mammut. Ich mag es halt einfach so dermaßen Schaden mit dem Zeug. Okay, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. So, wo ist ich dagegen? Ah, das ist so cool. So, wir werden einmal da runterreiten. Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss noch eine bestimmte Anzahl einfach hinmachen. Aber schade, dass man keine Lebenspunkte von dem scheiß Mammut sieht. Das kann ja nicht unsterblich sein. Achso, ich soll nur mal zu seiner Herde. Ich habe das schon geschafft. Nur dann, easy going. Einfach nur zur Herde. Und dann gehen wir mit ihnen Vollgas. Steige vom Mammut ab. So, perfekt. Ich bin gespannt. Greifen die jetzt an noch einmal, oder was? Das war alles? Grosch, das war's? Schaut's aus. Ruder zertrampeln. Geile Mission, muss ich ehrlich sagen. Hat mir Spaß gemacht. Hat mich ein bisschen erinnert, wo wir das Mammut selber mal waren. Cool. So. Ich schätze mal, dass wir zu Grosch eigentlich zurück sollten. Aber da der Quest hier gleich in der Nähe ist, werden wir den machen. Aber davor noch wollte ich eigentlich die K-Taste, stimmt, die K-Wass. Wir haben fünf Erfahrungspunkte. Der U-Darm, bei U-Darm-Fähigkeiten haben wir reduzierte Nahkampfschaden. Machen wir auf jeden Fall gleich einmal. Äh, was ist das nächste? Stelle 2, es ist eigentlich ziemlich wurscht, was ich nacheinander mache. Aber die haben da geile Sachen wie primitive Heilung und nochmal reduzierte Nahkampfschaden. Deswegen werden wir fast den machen. Was anderes können wir großartig jetzt eh nicht machen. Aber es geht sich weiter mit der nächsten Mission. So. So, das haben wir auch voll. Okay, das ist die Jagdmission. Irgendwie das ist die Jagdmission, die wir gerade... Äh, Leoparden greifen Jäger mit. Okay, nein, Leoparden müssen wir da mal umbringen. So, wo? Das geht meistens ziemlich easy. Weil wir müssen da meistens so weit in sechs, acht Stück oder so. Gerade mit dem Siebelzertiger. So, komm, mach den. Du bist dafür zuständig. Boah, die sind so schnell, ich kann da nicht nachschießen. Ich überlege gerade, ob ich das mit der Eile machen. Komm, der stirbt nicht. Wo ist denn der hin? Ich kann ja da nicht nach. Greifen die jetzt alle meinen... Okay, der erste ist einmal weg. Greifst du eh gleich den nächsten auch an? Ja, passt. Nein, den haben wir nicht... Scheiße, von hinten. Na komm. Scheiße. Verdammter Dreck. Ich hab keine Ahnung, ob wir... Das war jetzt gerade ein Irgendwas-Aktion, muss ich ehrlich sagen. Ich hab einfach die Speere ins Nirgendwo geschossen. Aber es hat funktioniert. Das muss man einfach bestehen. Hat funktioniert. So soll's sein. So, da wäre eine Höhlenmission, aber hier gleich noch eine andere zum Annehmen, zu der werden wir zuerst hinlaufen. Wir müssen nur Speere wieder erzeugen. Und das war's eigentlich. 1600 Erfahrungspunkte, dadurch wieder wahrscheinlich auch ein Fertigkeitspunkt erreicht. Genau. So. Wollen wir sich da dann mal den Nordstein... Äh, einige Udom halten Menschen in einer Eishöhle festbefrei. Die Gefangenen, so wie es sein soll, das machen wir gleich. Ich glaube, in die Richtung war es eingezeichnet. Genau, dort unten irgendwo. Das ist halt jetzt wieder so eine Sache, da kannst du wieder um... Weil die in einer Höhle ist ziemlich schwer unbemerkt einfach reinzustürmen. Aber... Wenn das davor ist, so wie es da ausschaut, könnte es sogar möglich sein, dass das geht. Da haben wir einen Bombenhainzi. Da haben wir noch einen Bombenhainzi. Hat er schon getötet? Na. Mach gleich den nächsten. Nächsten. Ich sollte die Bombenhainzi zuerst machen, unbedingt. Weil, wenn die Bombenhainzi tot sind, können meine anderen nicht sterben. So, und ich glaube, das ist nachher... Last one. Stimmt das? Oder war da noch einer? Keine Ahnung. Ah, es schaut ziemlich clean aus, aber... Bisher ist da noch nicht die Entwarnung gekommen. Bin mir nicht sicher, ob die... ob's clean ist. Aber sowieso ausschaut... Nein, da ist noch einer. Das habe ich mir fast gedacht. So. Leider nicht. Ohne entdeckt zu werden, aber... Ja, wurscht. Die bisschen Erfahrungspunkte, auf die können wir auch verzichten. So. Das Wichtigste ist einfach, dass wir vier neue Dorfbevölkerungen haben. Weil vier neue Dorf... Was ist denn jetzt los? Das ist ja nur mein Viech. Habt's doch keine Angst. Alles in Ordnung. So. Grimpler, das haben wir. Dann werden wir gleich mal weitergehen. Ich würde sagen, da machen wir die Höhlenmission als nächstes. Ja, es läuft. Ich muss ehrlich sagen, wir sind gerade auf so einem Stand in dem Spiel, dass es einfach... Ja, zack, 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 zack. Schön vorangeht. Und... Auch ziemlich flott. Das Einzige, was halt... Wir machen gerade, glaube ich, schon wieder zu wenig so Suchenmissionen. Halt die Gegenstände suchen. Weil... Auf denen werden wir nachher am Schluss sitzen bleiben. Halt ich seh das schon wieder kommen. Beim... Bei Far Cry 4 war es so, dass ich nicht auf denen sitzenbleiben bin. Zwar auch ein bisschen, aber da hab ich relativ viel am Anfang gesucht. Da bin ich eher nachher sitzen blieben bei... Äh... Außenposten und so weiter. Außenposten war, glaube ich, das Letzte, was ich ziemlich gemacht hab. So, da gibt's... Da ist der Haken. So, Tegel-Kurostoffe, gut. Da drüben wäre ein Mission gewesen. Ja, wurscht. Äh, Junge. Müssen Sie mich verarschen? Wer kommt? Hä? Was ist da los? So. Das Blöde ist, dass er den nicht... Okay, diesmal hat's funktioniert. Da musst du wirklich ganz rauf. Boah, schaut geil aus, schaut sich die... Schau... Bist du deppert. Schaut halt... Schaut sich den... Boah. Episch. Episch. Episch geil. So. Äh, wir müssen irgendwie... Geht's da nochmal rauf. Da geht's eh noch weiter rauf. Höhle-Mission ist nämlich ganz oben. So, und ich hoffe, dass es... Ja, hat's geschafft. Perfekt. So. Ja. Das sollte eigentlich auch unser... Kleiner Säbelzahntiger gleich wieder nachkommen, wenn wir da herum sind. Und dann hätt ich zuerst einmal heilen sollen. Mein Gott hat nur mehr die Hälfte. Aber es geht sich schon aus. Kein Problem. So. Mal schauen, was uns in der Höhle erwartet. Verschiedene Dorfmisschen stehen zur Verfügung. Sprich mit Manu und anderen Dorfmisschen wohnen. Ja, das wissen wir eh schon. Höhle der Ertrunkenen. Äh, weil das Beste kann mich ja nicht verfolgen. Wollt ich mich verarschen. Entkommen aus der Höhle. Was heißt entkommen aus der Höhle? Einfach runterspringen, oder was? Oder gibt's da irgendein... Ich kann ja wieder da rausgehen, oder? Ah, da ist der Eingang sozusagen eingestürzt, wenn wir reingehen. Schaut, dass da keine Zwischensequenz ist diesbezüglich. Aber okay, gut, ja. Der einzige Weg, würde ich jetzt mal sagen, führt einmal da hinunter. Und jetzt müssen wir weiterschauen. Entweder wir müssen irgendwo raufklettern. Es ist halt ein bisschen komisch, wieso habe ich runterspringen müssen, wenn ich jetzt wieder rauf muss? Halsch. Ich hätte auch, glaube ich, nicht runter müssen. Scheiße. Schön und gut, dass da jetzt ein Wasserfall ist. Oh, das ist irgendwo ein Höhlenausgang unter Wasser. Da vorne ist aber... Da sind zumindest Luftblasen, aber ich habe keine Ahnung, was die bedeuten. Ja, da rauf, scheiße ich nicht an. Okay, da vorne geht's raus. Beziehungsweise geht's in eine Höhle rein. Aber die Anzeige habe ich vorher noch nicht gehabt. Keine Ahnung, wieso du jetzt erst kommen, ist so spät. Scheiße. What the hell? What the hell? Einfach reingestürmt. So, wo sind die Nächsten? Die auf uns warten. So, wir müssen da rüber. Das Problem ist, wenn ich runterspringe. Da ist zumindest das... Scheiße. Das ist nur das Licht, was da... Na, komm, klärte da rauf. Kann sich du... Geil, der kann sich da nicht festhalten. Ich glaube, das sollte man auch nicht raufkommen. Nur wo soll ich sonst rauf? Das ist jetzt nicht so cool. Ah, Kletterhaken. So, jetzt kommt's drauf an. Ich glaube zuerst auf den Stein hier. Wir sollten uns raufziehen, auf jeden Fall. So, komm. So, nach oben. So. Sprung hat funktioniert. Und ich schätze, dass wir da so rüber springen müssen. Perfekt. So, rotes Blatt brauchen wir auch noch. Ah, da bin ich nicht. Du, jetzt muss ich doch wieder rein ins Wasser. Aber das ist unter Wasser, schaut auch so geil aus. Ich muss ehrlich sagen. Hut ab. Hut ab Entwickler. Atmosphäre. Bombastisch. Alleine da das Licht jetzt zum Beispiel. Da sind ein paar Gegner. Die stören mich aber eigentlich nicht, weil... Sind eine U-Dame. Okay. Entdeckungsdiktion war das. Okay. Na komm, bleib stehen. Kopfschuss ist immer noch nicht die beste Übersetzung. So, wie geht's weiter? Blablabla. Blablab. Es ist gerade ein bisschen... Da ist gut, ja. Aber wo geht's weiter? Ich bin von wo kommen? Bin ich von hier kommen? Glaubt nicht. Na, da bin ich nicht kommen. So, da gibt's irgendwo einen Kletterhaken wieder. So, und jetzt müssen wir da mal... Nein, ich stoße dich an. Ja, geil. Perfekt hat funktioniert. Hätte ich jetzt nicht geglaubt. Ah, ich glaube, wir sind draußen aus der Höhle. Oder? Nein, noch nicht. So, weiter. Sack. Ja, ich weiß, dass da unten ein U-Dame ist. Ich scheiße mich ja nicht an. So, das war jetzt kein Headshot. Wurscht. Das war nicht so klug. Okay. Wir müssen... Keine Ahnung, wieso ich da so dämlich reinklaufen bin. Aber es funktioniert ja halbwegs eigentlich. Zumindest hat's immer funktioniert. Ist da jetzt ein Krokodaksla auch noch gekommen, oder was? So, Krokodaksla noch umgebracht. Ja, das hab ich mir fast gedacht, dass da jetzt gleich noch eins kommt. Ah, weil es war zumindest jetzt angezeigt, der Rot. Komm. Raus da. Wo müssen wir hin? Schau, das nächste. Bisschen deppert. Das hab ich jetzt nicht erwartet gehabt. Was ist denn da für eine Hölle los grad? So, raus einmal aus dem Wasser. Wir sollten da hinten hin, angeblich. Aber wie? Und jetzt häng ich fest. Oder? Komm. Lass mich da einfach durch. Da klettern rauf, da. So. Und ich würde sagen, wie es in der Höhle hier weitergeht, sehen wir uns dann im nächsten Bad an, wenn ich wieder sag, wir sind hier zurück in Oros bei Far Cry Prime. Bis dann. Tschüss.